Heute wird das Video enden, wenn wir eine Shelly sehen. Wir haben unseren eigenen Discord-Server namens Gockelgaming. Dort kannst du mit unserer ganzen Community chatten, reden und zusammen spielen. Wir freuen uns auf dich, der Einladungslink ist in der Videobeschreibung. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal Gockelgaming. Ich bin Zerlauri und heute gibt es eine weitere Folge Brawl Stars. Heute mal eine besondere Folge, denn dabei ist der Julevi. Hallo. Moin, Moin. Und heute wird das Video enden, wenn wir eine Shelly sehen. Ja. Wir spielen uns zusammen in Dual Shadow. Let's go. Ich sag schon mal Tschüss, ne? Ich bedanke mich schon mal fürs Zusagen. Und mal gucken, wie lange es dauern wird. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das schon in dieser Runde ist. Oh, ich hole mir mal die Kiste hier unten. Ähm. Warte, lass zusammenbleiben. Immer zusammenbleiben, ja? Dass wir, wenn dann zusammen... Oh, oh, ich seh da schon was in der Ecke. Oh no. Ich seh da schon was. Oh. Oh. Bis zum nächsten Mal.